Zuerst und Glück auf, zusammen hier hinter mir seht ihr die Ender 3 V3 Serie von Creality, beginnend mit dem Einstiegsmodell, dem SE, dem KE und dem ganz neuen, dem Ender 3 V3 auf Core XZ Basis, dafür ohne zusätzliche Buchstaben. Doch warum wirft Creality jetzt so viele verschiedene Drucker innerhalb einer Serie auf dem Markt und wie unterscheiden die sich? Das schauen wir uns an, nachdem ihr ein Gefällt mir für dieses Video hier gelassen habt und, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo, also einmal diesen Abo-Button smashen. Boah, das war schon sehr cringe, tut mir leid. Jeder dieser Drucker wurde schon von mir einzeln begutachtet. Die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Doch wie unterscheiden sie sich denn jetzt? Im Gemeinden haben sie erstmal, dass es alles Bettschubser sind, aber von Geschwindigkeit, Ausstattung und vor allem von dem Preis könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Wir beginnen mit dem Ender 3 V3 SE. Dieser schlägt mit ca. 179 Euro zu Buche, ist aber auch der langsamste und der mit der geringsten Ausstattung in dieser Serie. Der KE schlägt mit ca. 60 Euro mehr zu Buche, bietet dafür allerdings auch so der solide Mittelfeld und meiner Meinung nach auch preis-leistungstechnisch das interessanteste Paket an. Der Ender 3 V3 ohne Zusatz, muss ich aber noch einmal ganz kurz gucken, schlägt mit ca. 359 Euro zu Buche. Bietet aber dafür in der Serie natürlich auch das größte Rundum-Paket an. Um diese Geräte einfacher vergleichen zu können, bin ich hingegangen, habe sie alle drei mal aufgebaut und habe sie alle das gleiche drucken lassen. Und zwar diese wunderschönen praktischen Dino-Clips, welche von Sneaks designt wurden. Link natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Alle Drucker haben mit dem jeweiligen Standardprofil im Creality Slicer 5, also dem neuen, gedruckt mit dem Profil für Hyper-PLA von Creality. Zum Einsatz kam Sunlu PLA Plus, allerdings in verschiedenen Farmen. Alle Dino-Clips wurden mit drei Wänden und 15% Infill gedruckt, dass die auch so ein kleines bisschen was aushalten. Der Druck wurde bei allen drei Geräten ohne Kalibrierung und im kalten Zustand gestartet. Beim SE dauerte der Druck dieses Dino-Clips ca. 73 Minuten. Der KE brauchte ca. 57 Minuten 30 und der Ender 3 V3 auf Core-XZ-Basis noch mal 41 Minuten. Der K1C zum Vergleich braucht ca. 34 Minuten dafür. Hier sehen wir schon mal ordentliche Unterschiede, was die Geschwindigkeit angeht. Klar kann man von den Profilen her bestimmt noch mal das ein oder andere rauskitzeln. Natürlich auch zu Lasten der Qualität, aber so als guter solider Start zum Vergleich finde ich ist das schon mal in Ordnung. Ihr seht also, der Ender 3 V3 SE ist der langsamste, dafür allerdings auch natürlich der günstigste Drucker dieser Serie. Was ist aber mit den restlichen Unterschieden? Die können wir uns hier besser in dieser Tabelle mal anschauen. Wenn man hier schaut, sieht man, dass jeder Drucker ein bisschen mehr mitbringt als der vorangehende. Auch habe ich den K1C hier mit aufgelistet, einfach weil ich den Drucker so mag und ich denke, dass der das Lineup ordentlich rund macht. So ist zum Beispiel bei den Features bei dem SE kein Filamentsensor dabei. Bei dem KE schon. Bei dem Ender 3 V3 ohne Zusatz ist auch ein Beschleunigungssensor mit dabei für Input Shaping. Das ist bei dem KE zusätzlich nachrüstbar. Bei dem SE überhaupt nicht möglich. Auch können wir bei dem KE und dem Ender 3 V3 direkt via WLAN drucken, was insbesondere praktisch ist, wenn der Drucker sich nicht im gleichen Raum wie euer PC befindet. Bei dem SE müsst ihr dann jedes Mal mit der SD-Karte hin und her rennen. Auch ganz wichtige Vergleichspunkte findet ihr im Druckkopf. So bringt der SE zwar auch schon einen Sprite-Extruder mit, allerdings nur mit der alten klassischen M6-Nossel. Bei dem KE bekommt ihr den Sprite-Extruder mit noch besserer Bauteilkühlung und dem der Nossel wie sie auch bei dem K1 ohne C im Einsatz ist der Volcano-Nossel. Bei dem SE bekommen wir einen Druckkopf, wie er auch bei dem K1 zu finden ist, mit der Unicorn-Nossel direkt. Direkt schon gehärtet und dafür natürlich auch für abrasive Filamente deutlich besser geeignet als die klassischen Nossel. Auch ist die Unicorn-Nossel weniger störanfällig als die klassischen Nossel. Das liegt daran, dass oben die Unicorn-Nossel bis zum Extruder durchgeht und nicht mehr ein kleines Stück PTFE-Schlauch dazwischen hat, wo noch mal so eine kleine Störquelle ist. Das eigentliche Betriebssystem auf den Druckern unterscheidet sich ebenfalls. So kommt bei dem SE noch Marlin zum Einsatz, welches eigentlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch in der neuesten Version, aber nicht zu vergleichen ist mit dem System, welches viele andere Drucker, unter anderem auch der KE und der Core XZ mitbringt. Da ist nämlich das neue Creality OS drauf, welches auf Clipper basiert. Dieses lässt sich auch einfach routen, womit ihr natürlich deutlich mehr Möglichkeiten zum Spielen habt. Ihr seht, mit jeder Stufe bekommt ihr etwas mehr für euer Geld. Doch was lohnt sich denn jetzt für wen? Der Ender 3 V3 SE ist der günstigste aus der Serie und auch der langsamste und mit der geringsten Ausstattung. Ist er deswegen überflüssig? Nein. Mit seinem Preis ist er definitiv für die Leute geeignet, die mal in das Hobby reinschnuppern möchten und nicht wissen, ob das was für sie ist. Der KE mit 60 Euro mehr bietet meiner Meinung nach allerdings auch schon so den Sweet Spot, was Preis-Leistung angeht. Er ist deutlich zügiger als der SE, bringt einen Filamentsensor mit, er bringt das Clipper mit und die mögliche Erweiterung des Input Shapings mit dem Bewegungssensor. Also, wenn die 60 Euro nicht wehtun, solltet ihr die für den KE schon ausgeben. Beim Ender 3 V3 Core XZ Variante verhält sich das nicht ganz so. Hier gibt ihr zwar 120 Euro mehr aus, bekommt aber nicht so viel mehr als beim KE. Ja, er ist Core XZ, er ist noch mal einen Tacken schneller. Ich persönlich denke nicht, dass der Unterschied jetzt immens den Preis rechtfertigt. Die Unicorn Nossel finde ich geil. Ich mag das Ding wirklich sehr. Aber nur, dass es eine gehärtete Nossel ist, das kann man auch bei den beiden anderen nachkaufen. Also, da eine gehärtete Nossel einzusetzen, ist jetzt auch nicht der Deal Breaker. Wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt, solltet ihr überlegen, zu dem K1C zu gehen. Hier bekommen wir ein deutlich runderes Paket mit deutlich mehr Leistung auf Core XY Basis, welches eingehaust ist und zum Beispiel auch die Kamera drin hat. Durch die Einhausung habt ihr auch die Möglichkeit, mit Materialien wie ABS und ASA deutlich weniger Probleme drucken zu können, wie es bei Geräten ohne Einhausung ist. Wer es schon mal versucht hat, kann ja seine Erfahrungen mal in den Kommentaren teilen, wie das denn ist so ohne Gehäuse. Auch ist der K1C bei größeren Drucken, insbesondere bei höheren Drucken, mit einer besseren Qualität und schneller unterwegs als die drei Bettschubser, da sich das Bett bei ihm nicht vor und zurück bewegen müssen, sondern einfach nur nach unten geht. Das heißt, desto größer der Druck, desto eher bringt der auch nochmal Vorteile mit. So, ich denke, damit habe ich ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Solltet ihr doch noch Fragen haben, schreibt es einfach in den Kommentaren. Mal gucken, was da draus wird. Ich bin jetzt in dem Sinne mal raus. Euer Jan